ja Leute ich bin's wieder Markus von Lappen GMLV ja ich bin heute wieder Wormtrooper 2 die Römer sind wir mal und wir sind vor uns im Ziel Galatien zu besiegen um Arminen zu vernichten um dann die mit Herrschen einen belatterischen Sieg einzufangen wir haben ja schon Britannien erobert ja die haben aufgegeben natürlich finde ich schön das ist sehr schön und ja genau hier habe ich letzte Folge habe ich Piscinus Iconium Mazzaka eingenommen Hatra und Dura das sind vier Städte oder fünf Städte und ja wir haben bisher noch keine Gegenwehr gehabt hier im Westen von Galatien aber hier werden wir wahrscheinlich Feinde haben M-8 Essen eins nach Christus ist Christus geboren schon ein Jahr ich erwarte eure Befehle vereilt euch Männer ich erwarte weitere Befehle so die gehen jetzt erstmal rein weil hier ist die Rechens gut aus Kartago ist auch noch da wieder ich finde natürlich ganz gut das ist ja auch schon ein bisschen äh die letzte folge und jetzt hab ich wieder meine 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 ding nicht äh meine stupe meine zeit war wieder nicht eingeschaltet aber das kriegen wir schon irgendwie hier aber wenn kann ich ja schneiden oh rebelle gibt's da hab ich jetzt gesehen super ja germanien ist natürlich besiegt oh jetzt greifen sie an oh fuck oh fuck oh fuck oh 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 das ist äh mut zu sein legionäre okay oh oh mutige römer bis zum letzten Mann die römer sind bereit die römer sind 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 bereit die römer sind bereit die an die römer sind die römer sind die römer ist anderen Wir können auf jeden Fall Stand halten Leute, das ist äh, nicht schwer. Okay, von da kommt, äh, eine große Armee, wo ist die Onaga? Das würde ich gerne wissen. Die Onaga ist das Komplizierte. Okay, die sind brutal, das ist sehr schwer, die Onaga, das ist ein Problem, die muss man besiegen. Ich glaube, die sind da. Und die müssen später besiegt werden, weil die brauchen ein bisschen. Die sind da. Machst euch berühmt. Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Nö, ihr nicht. Ich glaube, beim ersten Ansturm fliegt ihr, weil ihr seid tot. Willi, Tess! Willi, Tess! Man drückt natürlich stärker, das ist kein Thema. Männer wachen! Ja. Das ist schlecht, weil man hier sieht, ne? Kommt ja moralisch schlecht an. Oh, den Daumen. Oh, eine. Ja, das war erstmal erst nicht schlimm. What? Komm dir! Unser General wird angegriffen. Abstehen geht's! Geliebt es! Die Fies! Zeit zu weiter! Geliebt es! Die Fies! Die verschossenen Paterien zu euren Liebsten! Die Fies! Feuert auf den Freien! Elites! Erkriegt es! Wir ruhen! Alter! Die Pisser, ey! Das ist gut! Williges! Erzieht! Alten Stand, Männer! Legionäre! Wir kommen alle hier! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verkauft! Befehle! Angriff! Wir ruhen! Wir ruhen! Wir ruhen! Wir ruhen! Wir ruhen! Feuer! Wir ruhen! Wir ruhen! Wir ruhen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer nicht! Wir ruhen! Wir ruhen! Eine ohnehin! Wir ruhen! Dann Precysch! Okay! Sehr schön! Na, die ganze Munition verloren! Danke! Wir ruhen! Boah, da hohe Riesen am Ende, wo er hier ist ja. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ein unangenehmes Volk, die Gallier, aufrausen, ungemaßt, ungemaßt Gallier, ist noch kein, ist ein Gallier? ein Gallier aha, ein Gallier, das ist halt noch ein richtiges so, dann suche ich mal, würde ihm nichts helfen oh, ja, wir wollen die Punkt Capture, aber oh, das ist toll, wir haben die Familie da, ich glaube, es ist an der Zeit, unser General wird angegriffen was war das? so Wehrkampf, Infanterie mit der Geschwindigkeit Männer wanken ich bin schnell vorrücken die Gilles Schmähle und die Gilles Das ist das Bickel, aber ich weiß, dass die Alkohalle ist. Ich hab die Wänen von Kjutschön gefeiert. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......